Papa Feed fish to your pet to turn them into creatures with varying abilities, strange and weakness. Geil. Verwandelt er sich dann, oder was? Es geht nicht ab, Urne. Ist da auch was drin manchmal? Anscheinendlich. Oh, die machen ja voll Schaden, du Zombies. Was ist das denn, Besecker-Modus? Ey, hau den du jetzt. Toll, Besecker-Modus weg. So, zack, zack. Boah, läuft! Läuft! Bam, die Beam. So langsam wird das hier spaßig. Da kommen schon die ersten Zauberer. Das ist Regen-Champion. Wah! Die Beam-Level-5 läuft. Na, stirbt doch endlich. Ach, ich war ein Besecker. Bam, bam. Da kommen ja immer mehr, ey. Boah, ich kann nicht mir schon vorstellen, wie das später ablaufen wird, ey. Richtig geil. Einfach Gemetzel, ey. Ganze Raumfahrer-Gegner und dann gib ihm. Klick, 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 klick. So, kurz gucken, dass ich da alles bekommen hab. Dip, dip, dip. Hier war ich glücklich stehen geblieben. Ach so, ich brauch so eine Schrift, ich hab keine mehr. Scheiße. Okay, was ist das denn? Schild? Hm. Schild anziehen oder nicht Schild anziehen? OW. Halt ich mal fest. Nee, nee. Bäm! Was ist das denn, oder? Level 8. Oder Close-on alliance blutektiv. Hm. 34 so was ähnlich so hab ich fast an. Ne, ist aber schlecht. 8 oder 13 Vita haben wir. 1, 2, 3. Also Fokus. Was war ein Fokus nochmal? Increase MP. End all Elemente damage. Fokus. Boah, was? Geil. Im Prinzip braucht er alles, ne? Shit, kann ich also immer noch nicht sehen. Skillet. Ist das hier? Ne. Okay. Shadow Burst. Spectral Wolf. Okay. Wolf Verwandlung. Always enabled. The only sink harder sind Steel. Is Cold Steel. Plus 2 damage, plus 6 ice damage. damage ohne Effekt. Elia-Tex. Das ist doch mal eine geile Sache. Damage. Each creature is a health 5% for sure. Boah, geil. Sehr viel bei Crit. So, geht doch. Zack. Auf geht's. Punkte verteilt. Bei Crit's heil ich mich selber. Das ist doch schon mal etwas. Das ist doch schon mal etwas. Äh, gib ihm. Dinn, 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 Dinn. So ... jetzt will ich mal sehen wo hier der hier ist bestimmt so ein dicker Endpost drin den machen wir platt hier links rechts gar nix alles erkunden typisch bei so spielen boah geil Ice Damage das ist ein geiler Skill auch noch passiv voll episch die Taste da geht es runter gucken wir erstmal was hier noch so alles ist was ist das denn hier Ui diesen Orange vielleicht sind die mein Panther hat die gewonnen hätte okay mal schauen wo war ich eigentlich beim letzten das hat sich das hat sich das hat sich genau hier Stiefel boah heftig set Gastly three pieces all takes was all damage taken ist bei 10% boah was Gastly Boots Set Item Ra Boots, geil läuft, haben wir schon ein Set Item ähm 34, 63 ja Geld nix liegen lassen 23 Gold äh was ist das Ui damn jetzt kommt bestimmt der Boss und auch nicht ganz viele Mops doch da ist so ein fetter boah was ist das denn hier Elite und tot uiuiui haut da rein bäm gib ihm ich mach dich fertig komm jetzt Berserker na aktivier doch Berserker Modus da jetzt lol wollen wir direkt Level Up Items identifiziert Sarkofag Sarkofag ist das drin ne da ballert einer hier ist noch einer so ein untoter Teleport hä darf mich zu verpissen das war nur noch einer oder nicht ich kriegte nicht und auch nicht so dass das Borussia Sten um Hose das ziehen wir an, ne, so, Level Up haben wir, Bluthunger, Fancy, was ist das, Charge Bar, von Filling the Charge Bar, Red Wolf, ähm, range increase, ich probier das mal aus, wie durch das jetzt da rein, ne, äh, äh, Item or skill to sign, ah, boah, das ist ja geil, so ein Jump, wutsch, ach so, den, da den rein, so, lalala, komm mal her, die Beam, macht ja gar kein Damage, und halt mich sogar, so, 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 doch. Macht doch Schaden. Und halt mich sogar. So, hier haben wir... Oh, das hat kein Set. Sechstes Dexterity. Okay. Zwei Stärke, 13 Leben. Die 10 waren an. Wo sind die denn? Da oben. 46 pro... Geil. Zack. Pet. 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 Wo bist du? Pet Pendel. Du Transfer. Bei dem wird nur verkauft. Ein damit. So. Zack. Und raus hier. Schöne. 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 Für 5 Sekunden. Mana, 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 alles mana. Ich nehme mal das Ding hier. Was auch immer das jetzt war. Ach, da hat er das jetzt an. Ach so, das Medaillium von dem. Cool. Wo komme ich denn da runter? La, la, la. Das macht ja voll wenig Schaden. 20. 20. 50 mache ich mit normalen Schlag. Aber eigentlich trotzdem nicht schlecht. Wenn viele Mops kommen, dann kann man so abhauen. Fertig. Hm. Das ist ja lahm. Zwei Hand weg. Ähm. Plus 5% Pet. Minion Damage 1,3 Mana pro Sekunde. Mach mal nicht. Ui. So Monster, das sieht man hier vielleicht, ey. Barrel. Fass. Ein Fass. Oh, hier ist mein Experimentalist. Oh, hier ist dein Fass. Es kommt doch auch wozu so viel Geld raus, ey. Okay. Ach, da geht es schon weiter. Aber hier links ist ja noch was. Gehen wir mal erstmal hier hin. Gucken. Okay. So eine super Kiste wieder. Ach, nö. Guck mal her da. Aha. Pam. Na, komm runter. Put, 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 put. Komm her. Hallo. Komm her. Mann, ist das nervig. Jetzt muss ich da nochmal hoch. Dann wieder runter. Wir sind hier gerade aufgetaucht. Also, blauer, grüner, finster hier an jedem Mob, ey. In jeder Kiste, meine ich. Vitalität 16 Leben. Magic find luck. Okay. Ist mein Set. Da. Was ist das denn? Piste. Aus das ist ja selber, was ich anhabe. Lol. Fail. Vitalität. Okay, alles weg. will ich mich hier nicht sagen. Die sind die 12 Jahren und sie sind die 7-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur-Jur. Ein paar Ohren. Wegpunkt. Perfekt. Genau wo mein Pad voll ist. Haus. Läuft. Hier kann man eine Quest abgeben. Ui. Was ist das? Wieder ein Z3-Attackspot. Speed, 12% Leben. Vitality. 14 Ice Armor. WTF. Cast Speed. Meh. Potion Effectiveness. Loyal XP Bonus. Fokus Attribut Bonus. Lebensregeneration. Cast Speed. Brauch ich doch gar nicht. Das ist ein Magierteil. Ich habe das noch gar nicht fertig. Toll. Sell All. Bam. Alles weg. Ui. Ich habe 3600 Gold. Was ist das? Demschen. Weg. 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 Schrauben. Ähm. Erstmal weg. Close Panel. May I assist you? Dynamite. Oh lol. Let's go blast fishing. Ach so. Die Katze mit angeln. Dynamit ins Wasser und vorbei. Wegpunkt Identifikationsrolle, okay. Wo kann ich denn sehen wie viele ich hab? Boah, 400 ein so ne Rolle. Ach so, hier sind die Dinger. Inventory? Hä? Ach so. Ah, okay. Man hat hier also noch so ein extra Teil. Dann kaufen wir ein paar davon. So. Kein Geld mehr. Weiter geht's. Fishing Hole. Geil. Mal gucken. Ich brauch auf was angeln. Yay, da ist was dran. Wie kaufe Jackal Bass. Was jetzt? Wo ist er hin? Da. Fünf Minuten. Wie geil ist das denn? Jetzt hab ich so ein komisches Vieh da stehen. Hm. Ist ja voll lustig ey. War glaub ich beim ersten Teil auch so. Der lädt gar nicht schon lange. Aber zum Glück keine Lacks oder so. Das ist geil. Sonst läuft alles. Okay. Äh wo lang? Erstmal hier lang. So. So. Wo lang? So. Das ist geil. Untertitelung des ZDF, 2020